Hallo Freunde und Willkommen zurück zu Spider-Man 3. Ich bin gerade übelst angepisst, weil meine TV gerade... Halt die Schnauze jetzt! Schnauze... Schnauze jetzt. Ähm... Scheinbar hat meine TV gerade ein Virus. Ich kann es nicht genau erklären. Ich habe sie ja gebraucht gekauft. Scheinbar fand es wohl irgendjemand lustig, mir die mit einem Virus zu verkaufen. Warum auch nicht? Ich hatte gerade das Problem, ich habe bereits ein bisschen aufgenommen, hatte hier den Anfang der Mission schon gemacht. Dann hat sich wieder meine TV-Karte verabschiedet, wie wir es ja auch in den letzten Folgen schon gesehen haben. Und dann ist mir ein ganzer PC mit abgeschmiert, beziehungsweise... Ja, eingefreezt alles. Ich musste den Strom kappen. Hab wieder eingemacht, der Bildschirm war rot, alles tot. Scheinbar hat die TV gerade irgendeinen Schaden. Ich versuche es nochmal jetzt. Wenn wieder irgendwas auftaucht, dann sind wir wohl dazu gezwungen, das Projekt erstmal zu pausieren, bis ich eine andere Möglichkeit gefunden habe, auch von der Konsole aufzunehmen. Weil, naja, dann kaufe ich mir die Karte vielleicht nochmal neu. Denn die Qualität der Karte ist ja gar nicht schlecht, aber... Nö. Irgendein Virus drauf. Ich kann es mir nicht erklären, warum das so ist, ob es wirklich so ist. Keine Ahnung. Jedenfalls fangen wir jetzt nochmal an. Den Anfang kenne ich jetzt schon mal. Die Mission ist ziemlich bekloppt, wenn ihr mich fragt, aber gut. Jetzt bin ich übelst eingepisst. Das tut mir echt leid, aber... Boah. Parker, schon der dritte Anruf wegen Riesenechsen, die im Central Park am ablaufen. Riesenechsen, ich will fort, das Pronto. Schon unterwegs, Mr. Jameson. Riesenechsen? Ich bin eindeutig unterbezahlt. Ja, Riesenechsen. JJ sagte, dass diese Echsenwesen im Central Park gesehen wurden. Dort sollte ich anfangen. Es tut mir jetzt wirklich leid für euch, wenn ich jetzt ein bisschen merke, dass ich genervt bin. Aber... Boah, das ist doch auch kacke. Ganz ehrlich, ne? Warum macht denn meine... Riesenechsen? Schnauze. Das kann ich nicht mehr machen, wenn meine TV-Karte scheinbar ein Virus oder so hat. Das ist doch auch Mist. Wow, sowas habe ich wohl gesucht. Ich sollte sie nicht durchscheuchen, wenn ich ein paar ordentliche Bilder will. So, und genau, hier ist mir die abgeschnürt. Du bist ein toller Fotograf, oder? Beweise es. Platziere deine Kamera und mach hochwertige Fotos. Warte, wie nennt ihr Kids das heutzutage? Digi-Pix? Yeah. Mach ein paar Fotos. Höh. Voll weggerannt. Tolles Foto. Ah ja. Fotos in Videospielen, das ist irgendwie auch sowas. Ich brauche ein paar verschiedene Fotos von diesen Echsen. Ich wusste nicht, ob ich so gleich die da nicht. Oh Gott. Laufen wir mal lieber hin. Schwimmen kann der gute Spider-Man ja nicht. Huuuui. Rette das Opfer. Wenn Gegner deinen Angriffen ausweichen, versuche über sie zu springen. Du siehst dann cool aus und sieh dämlich. Besser geht's nicht. Aha. Ah ja. Voll nötig. Das beantwortet dann wohl die Frage, ob die Dinge gefährlich sind oder nicht. Wir haben einen Anruf bekommen, dass riesige Echsenwesen Leute angreifen. Spider-Man, wenn du Verletzte findest, bring sie her zu uns. Wir kümmern uns dann darum. Hm. Danke für den Hinweis. Ich sorge dafür, dass keiner mehr im Park ist. Aber natürlich machen wir das. Bring mir erst mal ein Wort. Hä? Ist das bescheuert. Hä? Hä? Ich muss ein bisschen lachen. Ey, wie ist die Echse? Und was soll das denn? Naja. Einfach so mitgenommen, die Frau da. Ja. Scheiß drauf. Bah. Äh. Äh. Renn einfach weg. Was machst du denn da? Bam. Das ist jetzt wichtig, die wegzubringen. Ähm. Muss ich die überhaupt mitnehmen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Huuuui. Ah ja. Die muss ich erst mal ins Krankenhaus gebracht werden. Und da sagt noch, wer ihr Amerikaner wärt kein freundliches Völkchen. Du hast jemanden gefunden. Ab hier helfen wir weiter. Diese Echse entkommt mit einer Geisel. Aha. Okay. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich vergessen hatte. Vor der letzten Folge. Ich hab ja da einmal beim Leck hab ich ja Rohaufnahmen gelöscht. Hab aber vergessen, hier aus dem Papierkorb rauszutun. Dementsprechend war meine Festplatte immer noch sehr voll. Vielleicht lag das auch daran. Ich hoffe einfach mal nicht. Ich hoffe einfach mal so. Bam. Komisch, dass du genau die gleiche Stimme und das gleiche Aussehen hast. Und... An ihm so. Oh, voll im Boden. Voll cool, man. Okay. Äh. Lex. Äh, nicht Lex. Aber... Ich hab panische Angst, dass es gleich wieder passiert. Wie gesagt, dann geht ihr in meine Audiospur mit kaputt. Deswegen musste ich auch nochmal von vorne anfangen, den ganzen Part. Das ist ja der Mist dabei. Du hast den Ritterschlag verdient, Spider-Man. Gibt es dir so etwas? Lass sie gemacht, Spider-Man. Sehr gut, danke. Ich bin ein guter Mensch. Ah. Äh. Könnt ihr stehen bleiben? Äh, von daneben. Äh, von daneben. Bam. Äh, bam. 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 Äh. Ja, okay. Spider-Man, mach. Brauchst dein Kombo nicht machen. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wie viel muss der noch befreien, Mann? True of Three wahrscheinlich. Alle schön zum Gleichen. Krankenwagen bringen. Wow. Fast ein Pfeuer Trevor. Wie kann ich dir jemals danken? Das waren dann alle. Ich bin so gut. sehr gut übersprungen upgrade freundlich auf foto-modus freigeschaltet du kannst jetzt bitte wichtig für den bügel fotografieren fülle die checkliste um ein erfahrungsbonus zu erhalten du kannst auch erfahrungen sammeln indem du in der stadt versteckte sammelbäckte findest vielen lieben dank zwei rufen gut haben überspringen wer braucht denn das ich könnte ich auf andere dinge sparen ich werde aber einfach alles gleich ein bisschen gleich leveln wenn du über einen gegner springen willst kannst du ihm von dort oben auch gleich ein paar verpassen das tempo beim schwingen ok kurz schwarz geworden ist gesehen das lag jetzt beim spiel das tempo was tust du was tust du wieso so kommt es gut naja finde ich zum teil müssen bescheuert was es mir alles aufleben kann da ist sowieso nicht benutze aber drauf eine exklusiv story für den jugel ich sehe schon die schlagzeile robbie ekrige hexen stadt geplündert wie tiefgründig ich habe gesagt ich treffe sie im central park man sollte eine lady nicht warten lassen ja ja ich habe es gar nicht nur direkt auf die uge guckte so sporastisch ich glaube ich weiß nicht wie viel zeit ich noch habe ich spüre schon die polizeinachrichten werden mir noch so hart auf die eier gehen das merke ich jetzt schon oh gott naja wo wir das noch machen da ich werde ich das noch schaffe ach komm ach scheiß drauf 20 minuten haben wir noch nicht das kann gar nicht sein das war cool ok bisher noch kein out of range das ist gut liegt wirklich daran wenn die festplatte zu voll ist ich habe meine plätze sowieso allgemein immer ziemlich voll ich muss sie wirklich dringst mal rümpeln aber ich bin da mal zu faul zu tut mir leid ich weiß auch nicht was ich immer so recht löschen soll meine videos nehmen knapp 200 gb auf meiner festplatte ein selbst wenn das sind immer noch voll viel drauf ich weiß wo das alles herkommt ich weiß es wirklich nicht demnächst muss ich echt meinen ganzen videos immer auf eine externe festplatte verschieben die ich noch habe aber da nehme ich nicht auf weil die manchmal die angewunden hat einfach auszufallen dann wäre natürlich aufnahmen zerstört deswegen ist es ein bisschen riskant ist mir auch bei android 2 passiert und da war dann der punkt wo ich gesagt habe ich mir wieder meine interne festplatte auf einige beschweren ist dann natürlich so voll die ressourcenbauer letztendlich macht das doch kaum unterschied wenn die folge genug ist dann gehört ich habe eine 1 terabyte interne festplatte ja vielleicht besorge ich mir meine externe keine ahnung auch mal das wünsche ich kam auf mj zu warten genau harry spricht also immer noch nicht mit dir ich habe alles versucht mj er hört mir nicht zu er ist überzeugt ich hätte sein vater getötet aber er ist ein bester freund peter er muss doch wissen dass du ihn nie verletzen würdest keine sorge gib ihm zeit bestimmt kommt er darüber hinweg ach james franco was ist denn los mit dir bringen sie nach hause schön siehst du auch mitnehmen was für ein ausblick über die stadt du solltest touristentouren machen ja jetzt hält mich keiner mehr auf voll die übersehung auf den potter gucken ich wollte um dass sie sogar so mitnehmen naja was wollte gerade noch sagen mj hat aber nicht die originale stimme glaube ich ich weiß nicht wie sie sich im film angehört hat jetzt dürfte nicht die originale stimme sein die von dings weiß ich auch noch wie sie sich angehört hat deine mutter hat schlimmer als nach der bahn die von harry aus borne slash james franco und halt die schnauze ich finde das witzig wie jetzt schon der schwarze anzug bald ins spiel kommen wird im film hat das vor lange gedauert ich kann euch jetzt schon mal vorwarnen von der mission her das wird ewig dauern bis wir es nicht ewig dadurch sind das zu der schnee gehen glaube ich mir wird gleich schlecht das ist schlimmer als eine achterbahn wie gesagt eine moderne stimme als nachwarn morgens franco hat acht daily bugle ist hier schön nachher kann man gut benutzen der volk unnötig ist wo zur hölle wohnt eigentlich mj von mary jane watson watson oh gott ich muss mal wieder die original filme sehen komm rein spiderman oh ja oh mist das kam jetzt schon ich kenne das scheiße der part ist eigentlich vorbei na gut das war was ich schon vor langer zeit hätte tun ach so ok ich sollte den gleiter von den autos fernhalten oh ne das auto gar nicht gesehen äh und übrigens hat harry nicht die original stimme suche nach möglichkeiten nach oben zum gleiter auf zu hä halte harry auf der verkehr ist frei jetzt kann ich zu harry natürlich ja ja es muss nicht so weiter gehen ob es der vergangenheit nicht entkommen der grüne kobold hätte dich fast erledigt ich bring den job zu ende quicktime event aber hast du nicht gebrauchte klamotten waaah bleib stehen das ging schnell ja aua aber es ist zu spät wechsel doch wechsel doch du wechsel doch du huuuu ich krieg einen krampf du musst dich von reiner Waffe bewahren scheiße oh 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 mein daumen haha aua voll dumm scheiße oh Mist ich werde mich rächen Peter wie der Vater so der Sohn Peter ich scheiße jetzt drauf du bist etwas besseres Harry gib dem Wahnsinn deines Vaters nicht ich muss mal kurz ausruhen du verdienst du weil du meinen Vater getötet hast ja 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 oh wie lange dauert es noch wollte mich verarschen aber ich schaff's nicht vielen dank spiel wechsel doch okay leute mission beenden freunde wir werden dann das ist ja eine krampf dieses spiel ich habe gesagt ich treffe sie im central park man sollte eine lady nicht warten lassen gut dann würde ich sagen dass im nächsten mal nochmal den teil mit mj werde ich dann nochmal auf screen machen halt die klappe wir sehen es dann nächstes mal wieder bei dem teil mit harry ab dann werde ich dann wieder einschalten und mal gucken wie es wird alter das spiel ist ja schwerer als ich dachte naja ich glaube ich habe es auch auf leicht gespielt naja vielen dank für zuschauen ich hoffe jetzt gefallen wir sind das nächste mal wieder bei spiderman 3 bis zum nächsten mal und tschüss tschüss Tschüss.